Du wirst denn jetzt Enter? Ich muss den Paddle erst mal starten Drück? Mein Gott, also wir sind wieder da bei St. Tom Willkommen zurück in die Action, die Welle hat bereits nicht da alles Und ich bin mit dem Sport-Kommentator Ja genau, mit dem Kommentator Das klang gerade ein bisschen nach dem Sport-Kommentator, aber ich bin keiner und deswegen höcheln auch nicht Was? Aber ich mach so Sport-Kommentatoren sind nix, LOL-Kommentatoren sind viel heftiger Was gehört? Jetzt hast du mich runtergeschoben, wie soll ich denn jemals was upgraden, wenn ich immer hier unten bin? Du bist grad gegen mich gesprungen Jetzt laufe ich einmal außen rum Danke Du kannst ja auch ein bisschen porten So, macht Aua meine Verletzerarmee, macht Aua So Das war's Warte Der Geldbeutel sagt Hier geht noch was Der Geldbeutel kann reden? Ja, der ist vorderein immer dazu auf Geld auszugeben Richtig schlimm Er will leer sein, stimmt voll Schimmische Geldbeutel Er hoff mich runterzuballern Er hoff mich runterzuballern Mach dich dann nix bewegt Du kannst ja wohl an mir vorbeischießen Wenn ich den hier auch reinbiegen könnte Die Idee mit dem Holo war voll nicht schlecht Du hast das Gefühl, wir bringen hier viel mehr um Sehr gut Was ist los? Äh, Welle 30? Fragezeichen? Fragezeichen, 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 Fragezeichen Fragezeichen Ja, okay, das ist der besondere Jock Zwei Ausrufezeichen am Ende Ich verrate dir, es wird ein Bodengegner Gut zu wissen Das bedeutet nur noch in 28 kommen die Gleiter Ja, aber Das sind eh bodenschießende Dinger Brauchen wir die Gleiter Wir können die Kohle nachher auch noch rausgeben Nein Die brauchen wir jetzt nicht Naja, beziehungsweise wenn dieser eine Typ kommt Wenn mein Geld immer los Wenn mein Geld immer loswerden Mal hier ein bisschen abfallen Hier ist ein klein wenig Weit einfach alles ab Alles Gleichzeitig Alles Gleichzeitig 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 Naja Feiner Ich komm aber bald Ja, die mögen es ja gleich Ich glaube, ich werde bald die zweite holo benutzen lassen Ich warte bei der zweiten holo auf euch, ich kommt nur her, wenn ihr euch traut Hier so weit schaffen sie es dann bald offen, sehr schade Ja, hier durch die Verletzerwand, bam 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 So, die Defensive ist, eine große, schokolade Sphäre, eine Joffo-Sphäre Joffo-Sphäre, die Feuer, wie orange, Gunge Die Aliens essen ihn, dann schlafen sie, dann schlafen sie, wie, liegen nach dem Sie liegen, liegen nach oben, einen Sip, haben einen Kupfer, mit dem kann sie herausfallen Ich werde ihnen die Augen nach oben Ich werde ihnen auch nach oben Und die wollen sie nicht mehr, wie, attacken für ein Mörderer-Sorten Es ist sehr effektiv, sehr Anti-Aliens-Sweat. Der hier wäre vernünftig. Ich würde die ganze Zeit da durchschießen. Diese haben wir denen nicht schon früher geworfen. Was wär, wo war sie das? Kannst du mir helfen? Oh nee, ich glaub war's keine Gettin. Nein, hab ich nicht. Diese eine Gettin. Oh mein Gott. Sie werden durchschießen. Natürlich wären sie da. Ich glaube. Ja. Stell dich zum Holo. Hallo mein. Wie haben wir ihn denn? Dafür, dass er da steht. Ey. Was ey, ich bin weggejumped. Ja, deswegen konnte ich nicht mit dem Holo schießen. Kannst du nicht durchschießen während du hochfliegst? Naja. 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 Naja, das Problem war eher, dass du mich vom Holo weggezogen hast. Und ich dann nur noch schwarz gesehen hab. Hä, wo ist da schwarz? und die Wand ist ziemlich dunkel, wenn man die anschaut, oder verletzt nicht. Als der bis hier kommt, kommen die noch ein paar Göttings. Da brauchen wir eh keinen Lichter für mich. Oh, ich meine keinen. Ich mag es, wenn alles so schön rot ist. Ja, life is nice. Na 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 na. Leider die, die brauchen nicht mehr. Solange sie erst danach spawnen, dann sofort. Okay, die spawnen jetzt schon, aber trotzdem nicht. Und dann sind am Ende noch zwei Reihen, zwei Längen. Ich habe hier runterfallen. Das war's schon. Nein, glaub mir nicht die Kehle. What the fuck. Ich habe hier grad voll die Lags. Chipotier mich rum. Na, vielleicht war das auch gut. Hä? Okay, jetzt wird's Hammer messen. Jetzt kommen Wanderer und große Wanderer. Heftig. Da müssen wir unbedingt den ganzen Boden upgraden, damit die euer Jahr drauf sterben. Mit den da, damit er auch noch langsamer wird. Und dann machen wir hier auf eine sehr wertvolle Art. Create einfach mal die... ... guten Battlings hier hinten, ne? Da kann ich nicht. Nicht. Du bist aber... Jetzt bin ich out of gelb. Out of gelb. Ich bin gut 23. Das heißt doch noch nicht gelb. Das ist ein heißer Riss. Du kannst nichts mehr machen mit der Krone. Doch. Slowfields upgraden. Nein, ich verstehe dir vielleicht. Shoot the bits that aren't glowing. The bits that look like. Don't close it. Don't close it. Make for any error. Shoot the foot of their head. That will be really surprising. Die Krone. Die sind alle durch. Die vernichten uns. Vernichte sie. Oh Alter, wie lange ist denn eigentlich noch eine Einsatzbereite, wenn man da einmal gegenzuschaffen hat? Jetzt noch wieder? Oh. Oh. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Dann stimmt's doch nicht ganz. Ja. Jetzt kommt noch ein Loch. Da kriegt er auch eine epische Boss-Animation. Ein Gegner kommt noch. Das war eine Frage. Das erwartest du? Na selbstverständlich. Die epische Boss-Animation. Die erwarte ich, ja. Er wird so episch ausschauen, du wirst es kaum erkennen. Nein, Boss-Animation. Ich ja selber. So, 12 Ressourcen. Du hast 143. Wir könnten noch. Wir könnten. Wir könnten. wieder nichts. Wir kommen nicht mal nach. Natürlich können wir was. Okay. Jetzt geht's dann los. Warte, ich finde hier noch was, was ich abgehängt kann. Da! Okay. Ja, aber 35 weiß für nichts. Okay, das ist es. Nein. Komm, zu wenig. Da ist er! Wer ist das? Ja, er schießt auf mich. Wer kann schießen, was? Er hat dich getroffen. Er hat dich getroffen. Er hat dich getroffen. Was ist das Joks Monster. Wo ist dein Schwachpoker? Sein fetten Arsch. Ja. Ja. Ja, wenn er leuchtet, dann ja. Achso, nur wenn er leuchtet? Alles, was leuchtet. Also, aus seinen Augen, ne? Dammit. Ja klar, Alter. Schleuder mich in dich rein, du Hurensohn! Ey, der ist schon verdammt kaputt, kann das sein? Ich will den Kill, ich will den Kill, ich will den Kill! Du kommst ganz schön weit! Alles! Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Du hast es gemacht! Du hast es gemacht! Du hast es gemacht! Du kannst jetzt einen haben. Wenn du willst, dann wird die Tür öffnen. Die Tür wird nicht öffnen. Die Tür wird nicht öffnen. Ja! Dann reden die noch. Wow! Einer und Viertelstunden. Wie heißt die Map Below? Ist sehr komisch. Was für Below? Die Map heißt Below, steht oben rechts. Sehr komisch! Ist das der Dateiname, der da angezeigt wird? Ich habe keine Ahnung, warum auch immer sie das dann anders genannt haben. Weil es der Cave von Jox ist. Ja. Oh, da spielen wieder Russen. Ja, aber das war's für heute. Was, das war's für heute? Ja. Als nächstes kommt dann Christmas, oder? Ihr Hübschen? Ja, das wird als nächstes kommen. Gut. Was soll ich denn die restlichen 10 Minuten des Videos machen? Hast du noch so viel? Können wir mal überlegen. Ja, wir sind jetzt bei 11, äh, 50. Jetzt. Was soll ich denn schiefen? Könntest du noch mal? Ich muss mal gucken, was du hast. Oder was du eher nicht hast. Ja, das war richtiger. Ich meine, wir fehlen ja noch einige. Du hast erst 58. Hast du schon jedes Level eigentlich einfach mal auf Easy Tour gespielt? Nein, habe ich keinen Bock drauf. Schau nicht so aus. Naja, du wolltest den Bear eh extra machen. Das kannst du ja dann machen. Okay. Ja, ich wollte das alles in Hard Mode machen, aber... Das sind lockerer Hard Mode machen, aber... Noch 10 achievements. Aber die Brücke hat mich so zerstört. Ja, aber du hast sie geschafft. Jetzt muss bei dir das... Ja, aber ich weiß. Jetzt haben wir kaum noch weiter zu machen. Schau euch mir dann gern an, wenn das geschafft ist. Ja. Ich habe sowieso schon aufgekackt. Du kannst ja dann alles nachbauen, genau exakt so. Dann schaffst du's auch. Du musst noch ein paar Bobbleheads killen. Ein Haufen Hoverer. Ein Haufen Dodger. Und natürlich ganz, ganz viele Tanks. Das Level without teleporting a single player, oder? Welches ist das kürzeste Level? Oh, da musst du gucken. Steht die Welle nicht immer schon da? Ich glaube, eins hat nur 20 Wellen. Also, bevor ich starte, steht sie noch nicht da. Nur 20 Wellen. Gibt's auch eins, was nur 10 Wellen hat? Nein. Ich glaube, Slums waren nur 20 im Single Player. Oder Kavern. Da musst du mal gucken. Ansonsten Komplex vielleicht auch. Aber ich glaube nicht, dass du es in 10 Minuten schaffst. Aber du kannst es natürlich dann einfach länger machen. Übrigens, das geht, glaube ich, auch für Multiplayer. Einfach nur nicht teleportieren. Ja. Ja. Die Frage ist nur, möchtest du das ausprobieren? Oh, meinst du, ist das aber voll. Hm. Wenn da einer dich... Ja, das könntest du schnell machen. Was denn? Töte eine komplette Welle. Nur mit der Sword-Granate. Wie soll ich das machen? Da brauche ich doch die richtige Welle zu. Du brauchst nur eine Welle. Du musst also kein komplettes Llam machen. Ich meine nur Assault-Granate. Bedeutet das jetzt, dass keine Turm-Turm-Damage da sein darf, sondern nur Assault-Granade-Damage, oder? Ja. Richtig. Wie soll ich das denn machen? Du musst es auf Normal machen. Ja, geh auf Bridge Normal. Und dann baust du dir... Dann baust du dir eine lange Lane, wo die alle langlaufen. Bridge. Baust dir ein Holo und Verstärkerfelder. Und dann killst du die komplette Welle. Holo und Verstärkerfelder? Ich dachte, ich soll dir alles slow down. Ja, das kannst du auch, wenn du das lieber hast. Also, slow am Anfang und dann die Verstärkerfelder. Und natürlich ist Assault-Gran als einziges Upgraden. Und du darfst nur Rechtsklick benutzen. Holo. Hallo. Auf der Bridge-Area? Schön. Auf der Bridge-Area 51. Übrigens, die Survival auf Speer solltest du im Single-Player machen. Weil es dafür auch ein Achievement gibt. Single-Player Survival auf Hard. Okay. Dann kriegst du das andere vermutlich gleich mit. Hier. Jetzt schieben wir uns auf einem Streich an. Naja. Jetzt machst du erstmal deine Assault-Granaten. Fuck, ey. Wie soll ich das machen? Also, viel Geld hab ich gar nicht, um das alles gescheit zu bauen. Wär schön. Oh, mal schauen, ob das so reicht. Kommt denn hier für Gegner? Ja. Hauptsache, du kriegst sie. Mit der Granate. Ja, ich hoffe, ich one-hit die. Geht das auf Norma? Kann ich das erwarten, dass ich es für sie zu one-hitten? Mit der Granate auf Norma? Darf ich sie verlangsamen? Ja. Ach, der kann der mich, oder? Ne, soweit ich weiß nicht. Alter, wie wenig macht dir der Assault-Granate denn Schaden, Alter? Ich glaub nicht, ich mein 15er. Also mach das nicht gleich in der ersten Welle. Du musst erst mal gleich mehr aufbauen. Ach so, ja. Schön, dass du mir das jetzt sagst. Ja, wenn du merkst, dass sie durchkommen, dann... Es könnte gehen, es steht nur noch einer da. Ja, dann soll ich es. Wo es mal jetzt schiefen hat. Genau. Vielleicht die Verlagsamungswaffe auch. Als falsche Waffe. Du sollst sie nur töten. Und die macht keinen Schaden. Also ich schätze mal, dass du sie sogar angreifen darfst mit was anderem, solange bis sie so tötest. Ist alles gut. Also schwächst sie ruhig mit dem normalen Schaden. Ich hab aber grad eigentlich alles geschafft und... Joa, hat nicht funktioniert. Du bist sicher, dass du auf normal bist? Ja! Das... Ich hab... Standardgemäß ist es auf normal eingestellt. Richtig, wenn man nichts umstellt. Oh shit. Ja, ich mag schon. Also zumindest hab ich es normal gelesen, als ich startet hab. Ja, starte die nächste Welle und mach es normal. Ja. Mein Tag. Okay, das ist ungünstig. Dann kill die halt schon und mach dann die E-Drift. Ich würde sie gar nicht one-hitten durch einen Sniper-Schossen. Das ist so. Übrigens, was du da mal machen soll, ist, wenn wir morgen weiterspielen. Was soll ich machen? Die Shotgun, Madsen. Du brauchst die Shotgun-Kills. Hey, hab ich die nicht schon? Nein, 419 Kills mit der Shotgun brauchst du noch, damit du die vollen 500 hast. Du hast nur die aufgeladenen Schüsse gemacht. Ja, bestimmt. Hat er insgesamt nicht genug Kills. Was kommt denn jetzt als nächstes? Äh, komm, wieder die. Passt. So, ganz, ganz vieles Lauf fehlt. Enter. So, kommt her, Gegner. Kommt nah genug ran, dass ich euch treffen kann. Russian. Teleport imminent. Russian. Teleport imminent. Fliegerutsieg. Oh, das hat Schaden gemacht. So, niemals auslaufen lassen, weil das dauert einfach viel zu lang, bis die wieder vollen Damage macht. Bis der wieder voll ist. Ich hoffe, es zählt auch, wenn sie einfach in den Kern rennen und auf die Art und Weise sterben. Also, ich bin auf 1% gelandet und hab das Achievement nicht bekommen. Muss man eigentlich mal googlen, was genau man dafür einsetzen darf und was nicht. Naja, egal. Also, ich hab das Achievement seit dem 15. März. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hab. Wahrscheinlich gar nichts. Ich glaub, da hab ich Single Player gespielt. Ich hab's jedenfalls nicht mit Absicht gemacht. Das war Zufall. Du benutzt zufällig nur diese Waffe und nur den Rechtsklick. Ich weiß es nicht. Wie geht's sowas? Naja, wenn sie halt nur dadurch gestorben sind. Stell dir vor, du hast ne Welle mit Läufern. Ja, aber... Hallo, ich hab die ganze Welle jetzt mit Rechtsklick umgebracht. Beim ersten Mal. Also, eigentlich sollte das gezählt haben. Ja, ich versteh auch nicht, warum du da jetzt so Probleme hast. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich hab gar kein Problem. Spiel hat ein Problem. Okay. Ah ja, ich glaube, tschüss. Ciao.